Live-Chat ist ein moderner Kontaktkanal, um eine Verbindung zu Ihren Website-Besuchern herzustellen, Sie zu unterstützen, wenn Sie Hilfe brauchen, und so Ihre Conversion-Rate zu steigern. Doch wie binden Sie den Chat auf Ihrer Webseite ein? Einen Live-Chat zu integrieren ist kinderleicht. Folgen Sie unserer schrittweisen Anleitung und fangen Sie innerhalb weniger Minuten an zu chatten. Wenn Sie sich bei Userlike anmelden, erhalten Sie Ihren persönlichen JavaScript-Code, den Sie in den Quelltext Ihrer Webseite einbauen können. Loggen Sie sich im Dashboard ein und gehen Sie zu Config-Widgets. Wählen Sie Ihr Widget aus und navigieren Sie zur Registerkarte Installieren. Hier finden Sie Ihren individuellen JavaScript-Code. Kopieren Sie den Widget-Code und fügen Sie ihn in den Quelltext Ihrer Webseite ein, direkt vor dem schließenden Body-Tag. Speichern Sie die Änderungen und laden Sie sie auf Ihren Web-Server. Herzlichen Glückwunsch, das war's schon. Der Live-Chat ist jetzt auf Ihrer Webseite eingebunden. Sie können mit Ihren Website-Besuchern chatten, indem Sie im Userlike-Chat-Panel online gehen. Schauen Sie sich für mehr Tipps zum Thema Live-Chat gerne unsere weiteren Videos an. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Chatten.